super ich würde sagen wir pressen erst mal was ist denn mit der kamera genau stimmt sonst nichts ich hab's ja gerade schon gelesen eigentlich aber ich wollte nochmal sicher gehen dass ich nichts übersehen aber auch wenn es nur drei zahlen sind es steht aber nichts irgendwie was man kann es auch nicht auswählen das heißt wir haben jetzt immer noch autopsie report wenn die karte und das hier mit wear white scar for identification was hat das mit talk to dahlia tell her this time the whole truth must come out sehr verwirrend photo of the trunk of falls und das foto und die kamera small but powerful model das machen wir mal gucken ich frage mich immer noch wie gut man von hier so das foto so was das war ja auch so nah gemacht andererseits hat die kamera wahrscheinlich so gehabt also das wird dann wahrscheinlich okay sein wenn ich da stehe und da ist schon ein bisschen also wenn ich jetzt gerade mal was gerade eine gerade linie da dran mache und die so ausrichte dass die klippe nicht im weg ist dann kriege ich das eigentlich gar nicht hin ich habe ja gerade ein blatt papier und wenn ich das auf meinen monitor lege das seht ihr jetzt leider nicht ungefähr da wo sie vorhin sagte dass sie stand kriege ich es jetzt nicht hin eine gerade linie dahin zu machen wo die eigentlich hätten stehen müssen also das sollte ich mir jetzt mal merken sie sind die kamera-direktion-picture so wie es auch so wie es ist sie sind die foto das schlussende moment ich würde mich jetzt echt mal interessieren ob ich hier einfach das den plan präsentieren kann um zu sagen dass es gar nicht sein kann und dann habe ich die polize ich presse aber lieber auch nochmal vorher vielleicht auch noch was anderes was wir dadurch kriegen sie sind die kamera-direktion-picture wildflowers did you say wildflowers yes the mountain is famous for the beautiful spring wildflowers ah but it's only february well i couldn't wait for spring to come oh i know just how you feel it's just like when i first started growing this glorious bear of mine you just could wait some wartime blonde sanderbeer to migraine properly oh god would you mind if we get back to the facts of the case your honor echt mal und dann habe ich gemerkt dass es zwei Menschen auf der suspensionsbrille standen das wäre eigentlich auch schon ach quatsch ich will immer andauernd die falschen Sachen das wäre auch schon fast äh Moment wo man sagen könnte das kannst du doch gar nicht gesehen haben was there anything strange about the two of them i am bad girl i know i am it looked like they were having a really serious conversation up there so i decided to watch them like some kind of peeping tone no not at all everyone is like that i love watching other people fight too in fact i can't get enough with it actually that's why i took this job in the first place hm too much info your honor in any case it's perfectly natural for you to have kept watching them especially dressed as they were well anyway i was watching them very closely and suddenly they just started fighting do you have any idea what they were fighting about uh no i have no idea why do you ask that oh i just thought that maybe you overheard what they said uh oh i would never i would never eavesdrop i've got more class than that that's right miss fake don't drag the waiters down to your level that's when i hurried and took the photo that shows the crucial moment why did you take a photo? well the two of them were really going at it ever since i was a little girl i always wanted to be a news reporter i guess that part of me just kind of took over smells like a lie to me yes i understand completely even now i can't completely abandon my boyhood dreams i still use my grandson to test my comedy routines on so he wanted to be a comedian huh? not that it has any bearing on this all i could do was to use my camera so i took the photo of the crucial moment and gave it to the police and right after that i called the police you called the police? yes because it looked to me like the murderer was going to try to escape we were already moving before the call even came in thanks to the victim's note we had already started our operation hmm that was certainly tough luck for the criminal huh? if tarry falls isn't the criminal then there must be something strange in that girls testimony be careful kid that girl has the judge wrapped right around her little finger you're going to have a tough time poking holes in their testimony verse you're going to have to come up with something really good mia okay okay ich probiere es mit der karte es ist meiner meinung nach nicht möglich das von da aus gesehen oder fotografiert zu haben geht ja gut los vielleicht hier okay damit liege ich also schonmal falsch ich lade nochmal dann vielleicht das Foto weil was mir auch noch aufgefallen war ist sie sagt äh so photo shows the crucial moment aber das tut es ja eigentlich gar nicht auf dem Foto sieht man eigentlich nur wie die da beide stehen das ist ja kein crucial moment die unterhalten sich einfach nur da drauf also bei crucial moment vor allem wo sie meinte dann haben die angefangen äh zu kämpfen und dann crucial moment das klingt für mich als wäre das kämpfen schon vorbei und der crucial moment ist jetzt das wo wo der Mord äh wo der Mord passiert mit äh Messer in der Rücken und so aber dafür sieht man auf dem Foto eigentlich herzlich wenig von derartigen Taten witzig 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 wenn du gesagt hast du eine Foto des crucial moment ist das was du meinst? ah aha kann es sein dass das äh Foto was wir hier haben gar nicht das ist was sie gerade meint und das eigentliche Foto hat Edgeworth noch weil es vielleicht irgendwas zeigt was ihm nicht gefällt all I can see in this photo are two people facing each other you testified that you saw the two of them starting to fight normally that's the kind of thing we would refer to as a crucial moment why haven't you presented a photo like that? well you see the photo we presented was the only one that was but if you really wanted to capture the crucial moment but if you really wanted to capture the crucial moment then what happened next? you must have taken a photo of it hmmm hmmm erh my apology job lady bollis face assertion is not without a certain amount of beverage he can certainly downplay a situation can't he I'm sorry I'm a very bad girl I um I used it all the film I mean you run out of film Uh, this photo was the last one. What? Unfortunately, that is the truth. I personally examined all of the photographs you took that day. All the other photos are of the witness herself playing among the white flowers. The witness herself? Then who took the photo? Rose. Hmph, es ist ein guter Frage. Well, you see, my camera has a timer feature built into it. So, you took photos of yourself? Hmph, I remember taking some photos of myself once too. Please, no details. Oh god. Oh god. Uh. Heh. Ah. It seems that Miss Faye's assertion was not so decisive afterward. Wait, just a minute. Well, if she got no fill-off, she couldn't very well take more pictures, eh? Miss Foster, perhaps then you could tell us about a different sort of photo. photos of the incident that you took with your very own eyes. Mr. Etchler, you're quite the poet. Yeah, you're quite the liar. Very well, then let's get back to the cross-accommodation. Let's hear your thoughts on the fight that you witnessed. Yes, Mr. Judge. Boy, this guy is really a sucker for sweet talk. Huh. It looks like the other kitten in the room is the one that's getting all the attention. Yeah, it's sickening. I was using my camera to take some pictures of white flowers. Huh? Something about that. Then I noticed there were two people standing up on the suspension bridge. Suddenly they just started fighting. The victim turned around and tried to run away, but she only got about 10 yards before she was stabbed in the back. Okay, this is a new order. Suddenly they started fighting. That's what we did before. Not yet. The victim, why do you think she tried to run away? Um, with her police training, she certainly knew better than to turn her back on a criminal. This was a lost powerful man with a knife. If it hadn't been a quaggy woman like you, oh, I'm sure she would have acted differently. Quaggy? Why you... If it hadn't been me, I probably would have jumped into the river. There's still something wrong with this testimony. Ja. Vielleicht jetzt die Karte. Guck mal, also... Ich bin immer noch der Meinung, dass man das eigentlich gar nicht von da fotografieren kann. Aber wenn es irgendwie ist... Da ist ja dieser grüne Teil von... Von, von, ähm... Äh, ich brauch mal eben den Mauszeiger im Moment. Das kann ich hier einstellen. Properties. Äh... Capture Cursor. Jetzt müsstet ihr eigentlich auch den Mauszeiger sehen. Wenn ich hier so rumwusel hier rechts zum Beispiel. Bei dem weißen Pfad. Ja, da ist er. Also, wenn die jetzt wirklich hier steht. Und... Man dann in so einer geraden Linie. Ich mach das jetzt am Papier entlang. Das ich gerade auf dem Monitor habe. Da hin geht. Landet man hier. Also, wenn ich ein Papier auf meinen Monitor lege. Genau, und das... Sie hier irgendwo hier ist. Und ich mit dem Mauszeiger hier lang gehe. Landet das Papier hier. Also, das ist eigentlich schon mal überhaupt nicht möglich, von hier aus dem Foto zu machen. Weil die müssten ja irgendwo da gestanden haben. Es sei denn vielleicht eben dieser dunkelbraune Teil hier. wird recht schnell flach. Und dann da unten irgendwann geht er ein bisschen weiter zur Seite. Dann könnte man vielleicht immer noch sagen, dass man von hier aus so irgendwie hier so lang schon was sehen konnte. Dann landet man aber auch immer noch mal gerade so hier. Und von da aus dann 10 Jahre wegzulaufen. Ich meine... Wo will die denn da noch hinlaufen? Hier ist doch nichts mehr. Es sei denn, die ist halt an dem Typen vorbeigelaufen. In die andere Richtung. Aber das würde ich jetzt auch erstmal... Weiß ich nicht. Das könnte ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Dass man bei so wenig Platz mal eben an so einem dicken Brocken vorbeilaufen kann. Das ist zumindest, was mir jetzt gerade so durch den Kopf geht. Ich weiß noch nicht, wie ich das irgendwie dem Spiel verklickern soll. Aber vielleicht sollte ich hier einfach mal die Karte präsentieren. Weil ich finde das mit 10 Yards... Das kann irgendwie mal voll nicht passen. Ha! Witness, Ihr testimony is a joke. Oh. Shit. Hier ist ein Wadmibeltai. What? But I... I just... Miss Faye, I thought I warned you not to make the witness cry. One short testimony and two bad contradictions. There's no possible excuse. You say there won't be two contradictions? It's simple. Just take a look at the diagram of the area. According to her testimony, the two of them were in the middle of the bridge. Okay. But if they were, and the victim had turned around and tried to run, well then... She would have hit at that end. You said 10 Yards. Ich glaube, jetzt kann ich die Mauszeige auch erstmal wieder ausmachen. Okay. But she couldn't have ran even 5. Because dusky bridge is collapsed on that side. Where is it? What does all this mean? It's very simple, Your Honor. This charming little witness told a charming little lie. That's all there is to it. Yuck. This beautiful young lady has been lying to the court. Just a moment, Your Honor. Mr. Hedgeworth. Wascombe jetzt. Your Honor, allow me to personally apologize for the confusion. What do you mean? There's one major mistake in this diagram. Oh, wascombe... Was jetzt? What did you say? What are you referring to? It's all because this diagram was made after the incident occurred. It's a very old bridge. We couldn't find any official blueprint of it. So what you're saying? I'm saying that even though this bridge is currently in disrepair, there's no evidence that can prove that the bridge was broken during the incident. Echt jetzt? It's ridiculous. You can't actually tell the condition of the bridge from this photo. Ja, das stimmt. Oh, I apologize to the court for not being more clear when I presented the evidence. Argumentiert der jetzt echt, dass auf der Skizze, die sie nach dem ganzen Vorfall angefertigt haben, zwar das Loch zu sehen ist, aber niemand beweisen kann, dass das Loch schon vorher da war. Also niemand beweisen kann, dass das Loch während der Tat da war. Scheiße. Ja, das ist gut. Ah, was du meinst? Du hast es aus dem Beginn. Du bist ein Genie, all right. Das Diagramm auf der Bridge war seine Insurance-Policy. Was? Das Coward! Well, Miss Fade, it seems you've once again made a reckless accusation. I'm so sorry. I should have been more careful myself. No, 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 no. It wasn't your fault, sir. Oh, then, shall we go on with the trial? I'd like to establish once and for all what it was that the witness actually saw. Indeed. All right, young lady. May I ask you to please proceed with your testimony? But I... It's so hard to go on. We're all on your side, Miss Foster. There's no need to worry. Just tell us what you saw. Yes, sir. Die macht mich voll agro. Okay. Running from the crime. After he stabbed her in the back, he quickly picked her up in his arms. Then he carried her over to the car. I suppose that was the only way he could make sure the body stayed hidden. He couldn't just leave the body on top of the bridge, Moment. Wie hast du denn das bitte gesehen? Da kommt doch direkt wieder, äh, die Karte ins Spiel. Dieses Auto kann man von da, wo sie war, doch überhaupt nicht sehen. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Vor allem mit der Brücke, okay, mit der Brücke konnte sich Edgeworth gerade noch rauswieseln, von wegen, oh, die war vorher noch nicht kaputt. Aber er wird ja wohl jetzt kaum erzählen, dass, äh, die ganze Klippe erst, also die ganze erhöhte Ebene erst nach dem, nach dem Mord da aus dem Himmel runtergefallen ist. Could you see the body on top of the bridge? Oh, I'm sorry, I'm only supposed to talk about what I saw. Wait to see, such violence must have been difficult. Yes, sir, I'm still shaken up. If he accepts this testimony as it is, we're finished. Don't say that. Oh, well, maybe I'll stop off at my favorite cafe on the way home. They make a really great mocha latte. The trial isn't over yet. Huh, that's what I like to hear. All right, Miss Fate, your cross-examination, if you please. Your contradiction is staring you right in the face, Mia. Go on the attack. Okay. After he stepped her in the back, he quickly picked her up in his arms. Then he carried her over to the car. I suppose that was the only way he could make sure the body stayed hidden. Are you saying that the victim didn't fall down on the bridge? Uh, um, she, maybe, she did? Of course she didn't fall down on the bridge. If she had fallen down, this photo wouldn't make any sense. If that was the case, her coat would have been all muddy. Attention! If you don't mind, I was asking the witness. No need to be so rude. Whoa, young lady. Of course she didn't fall down. Ah, it ate us. It's in one place. The man in the prison uniform grabbed her before she could. Huh, we're one step too slow. And then what did the defendant do after that? Then he carried her over to the car. You personally witnessed that? Yes. Did anything strange happen when he did that? Well, I don't know if he'd call the stranger or not. But that's when the victim's scarf fell off. Hmm, you made the scarf? The worst matter what we found at the scene, I don't see any problems. But I do. I think that's the only way you could make sure the body stays hidden. Gut, beim Auto könnte sie immer noch argumentieren, dass sie das halt später erfahren hat, dass da ein Auto war und deswegen hat sie das gesagt. Vielleicht klappt es deswegen hier nicht. Ja, das hat der... Edgeworth hat mir erzählt, dass auf der Seite ein Auto stand, deswegen bin ich da selber von ausgegangen und habe das gerade so ausgesagt. Eigentlich habe ich nur gesehen, dass er sie halt in die Richtung getragen hat, würde sie sagen. Aber hier, sagt sie, that was the only way he can make sure the body stayed hidden. Dann müsste sie ja... Das kann sie ja nur... Wobei, dann könnte sie auch wieder sagen, das hätte Edgeworth hier hinterher gesagt, dass er die da in den Kofferraum gesteckt hat. Ich kann es euch trotzdem noch mal da aufprobieren. Du meinst, der Defendant hat das body all by himself? Ja. Considering die Größe des Defendants, ich glaube, es wäre nicht so schwierig. Ja, aber wir müssen uns erinnern, dass sie auf einer nahen Brücke, die bereit ist, zu verlassen. Ist es sogar möglich, dass er ein dead body in einer Brücke wie dieser? Well, das Fakt der Sache ist, dass er das gemacht hat. Das kind of talk ist einfach so schade. Wow, warum hat er so emotional all of a sudden? Miss Faith, if you think there's some other possibility, please share it with the rest of us. You couldn't just leave the body on top of the bridge. Oh, my goodness. Why do you say that? It's already a broken down bridge hidden away in the mountains. Doing anything more to hide the corpse would be going overboard, wouldn't it? Yes, but that mountain is famous among hikers. There's a crazy number of people go up there. But it's February, right? And it was raining that day, correct? There's also a small temple and a channeling dojo there. You know those monks. They just love cold, isolated places. Channeling dojo. I think the witness is trying to say that the corpse could have been found at any time. Besides, the witness is merely reporting what she witnessed with her own eyes. I'm sorry, I'm only supposed to talk about what I saw. And you're absolutely certain that it was my client who was carrying the body. Well, he was wearing a prisoner's uniform, but as for his face... So you say you didn't get a clear look at his face? Well, they were far away and it was raining as well. I thought I was only supposed to say exactly what I saw. Excellent. You're a remarkably honest young woman. Something about this testimony is bothering me, but what? Hey, kitten. Have you ever put salt in your coffee? Do it off, Simon. No, why would I? Why not? Huh? It may actually do better with coffee than sugar, right? No, it doesn't. Listen, my point is, if you're not sure, you might as well add a ton of salt to it. It might bring out the rust in something, like a piece of evidence. He's right, Mia. Go present something. You've got nothing to lose. I know. Penalty on so. By the way, I wouldn't put salt in my coffee. The two don't go well after all. After he stepped in the back, he quickly picked her up in his arms. Trotzdem, also sie behauptet... Okay. Sie behauptet... Ja, gerade am Schluss hat sie gesagt, sie berichtet gerade nur das, was sie mit eigenen Augen gesehen hat. Sonst nichts. Dass sie hier das Auto mit einbringt... Ich weiß nicht, vielleicht ist es komisch übersetzt worden. Oder was sie meint halt nur... Vielleicht meint sie in japanischen Wahrheit. Dann hat er sie in die Richtung getragen, wo ihr... Wo das Auto stehen müsste. Also es könnte noch sein, dass das hier nicht funktioniert, weil... Ja, weil das vielleicht im japanischen so ist, wie ich gerade meinte. Aber hier sagt sie ja ganz eindeutig... That was the only way he could make sure the body stayed hidden. Das kann man ja nur sagen, wenn man gesehen hat, dass die Leiche in den Kofferraum gepackt wurde in dem Moment. Also vielleicht muss ich hier die Karte nochmal präsentieren, weil das kann sie ja nur wirklich von da aus, wie gesagt, nicht gesehen haben. Ach, ein Körger nicht will, dass seine Begründung gefunden wird. Ich kann das verstehen. Aber die Idee, dass die Körper für diesen Grunde verliebt, ist sicherlich odd. Es gab eine viel einfacher Art, um zu sicher, dass das Körper nicht gefunden wurde. Oh. Habe ich gerade das Richtige präsentiert, aber aus einem komplett falschen Grund? Kann es sein, dass Mia jetzt darauf hinaus will, dass sie einfach nur den... Ja, klar. Wenn Terry Falls wirklich Valerie umgebracht hat, hätte sie ja auch einfach nur in den Fluss werfen können. Das weiß ich, ich habe so wahrscheinlich gerade das Richtige präsentiert, aber aus komplett falschen Grund. Well, wo ist es? Take another look at the map of the area, and you'll see how. There's a river right below the bridge. Earlier, Mr. Edgeworth pointed out something interesting about the river. Ja, das ist... Uh, for those who are not aware, evil river is well known for its powerful current. Most bodies that fall in there are never recovered. Oh. In the kidnapping case five years ago, the victim's body was carried away and never found. Also, wie war das? In einem kidnapping case vor fünf Jahren hatte Terry Falls irgendeine Geisel und diese Valerie Hawthorne war damals auch auf der Brücke. Und dann ist die Geisel ins Wasser gefallen und wurde nie wieder gefunden. Okay. If ten murders were to occur at that same spot above the Eel River, you can bet your boots that every other killer would have tossed the body in the water. Order, order, order. I'm not sure if I care for the way you put that, Miss Faye, but I must have been to Seymour not to have thrown the body into the river. Well, Mr. Edgeworth. How sad. Perhaps Miss Faye would do well to try taking a dip in the river herself. After all, you claim to be such an expert at the ways of nature. What are you talking about? My point is that no matter how odd you may find the killer's method of body disposal, the fact is that this is what the killer did. None of your arguments have anything to do with what the witness saw. Quite true. Miss Faye, it seems that your assertion is without merit after all. But what the witness claims to have seen is totally ridiculous. Surely you can't deny that the body was found in the trunk of the car. That certainly consistent with what the witness has told us. Ah. Please, witness. Go on with your testimony. I'll try. All you have to do is tell us only what you saw. Otherwise, the mean lady might yell at you again. Who is she talking about? Alright. I'll do my best. After he stabbed her in the back, he quickly picked her up in his arms. Yeah, okay. Then he carried her over to the car. The killer broke into the trunk of the stolen car and hit the body in there. Couldn't just leave the body on top of the bridge. Oh, I'm sorry. I'm only supposed to... Broke into the trunk of the stolen car and hit the body in there. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. sich übrigens, dass es wirklich direkt geklappt hat. Ich wollte jetzt eigentlich mir noch eine Penalty abholen und mich voll darüber aufregen, dass keiner anspricht, dass es nicht sein kann, aber vielleicht kommt das ja jetzt doch. It looks like you've done it this time. Done what? Made a crucial mistake. Crucial mistake? Like what, Miss Faye? The killer broke into the trunk of the stone car and hit the body in there. You're saying you saw that, right? With your very own eyes. Endlich! Ich verstehe nur nicht, warum das nicht vorhin schon angesprochen wurde, weil was sie vorhin gesagt hat, war ebenso. War doch im Grunde schon genau das. Yes, and? Würde mich jetzt mal interessieren, wie das in Japanischen vorher übersetzt war, im Gegensatz zu dieser Aussage jetzt. It's simple, Miss Foster. Take a look at the diagram. The place you claim to have taken the photo from that day is here. Do you see what I mean? Even if you try to see the car, this outcropping of rock is directly in the way. Endlich! Dankeschön! Endlich sagt sie's. That's right, Miss Foster? From where you were standing, you could not have possibly seen the killer's car. Ah! Objection! I admit that the diagram shows a large outcropping of rock, but maybe that wasn't there when... It's a hit when that asset was angry. However, it isn't so tall that it would stop her from seeing the car. That's right. It's not high at all. I was able to see his car just fine. I'm so sorry, but that just doesn't wash. What? I believe it was the witness, who presented this as evidence of the court, yes? This is the location that the photo was taken from. Ah, ihr eigenes Foto wird da wahrscheinlich... Ja, guck mal, auf dem Foto sieht man noch links direkt riesengroß... ...große Wand. This is the location that the photo was taken from. You can clearly see the left side of the bridge, but the outcropping that is being referred to is really more like a cliff. Your view should have been completely cut off by this cliff. Ja, das ist ja, was ich gerade meinte, ne? Das Foto zeigt... ...ne riesengroße Wand da links. But still you climb to have been able to see the killer's car. Nö! 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 Order, order the court. What is the meaning of all this belay? But, but, is that the belay-belly-hoo? Objection! Dictionary? Belly-hoo? Klam-ma-ok? Tam-tam? Tra-ra? Ich mein, konnte man sich jetzt vom Kontext her denken, ich wollte es aber trotzdem mal eben nachschlagen. Your Honor, don't jump to any hastige Conclusion. The fact that the escapee flat in a stolen car was reported on the news. After witnessing a murder, I'm sure you can appreciate that the witness was very upset. Oh, jetzt kommt wieder dieses Argument. Ja, die war so durch den Wind, dass sie dann... Das, was sie in den Nachrichten gehört hat, später mit ihrer Erinnerung vermischt hat. She must have heard about the stolen car and convinced herself that she saw it. Attention! But she was repeatedly warned before starting her testimony. She was told to testify only about what she saw with her own eyes. Oh, Miss Judge? What is it? I think... I think I must have remembered things wrong. Hold it! Hey, wait a minute. You can't just say that. Objection! Oh, but she can't. Miss Fade, no one on the face of the planet is perfect. Hmm, yes, indeed. Quite true. You know what they say. To her as human, to forgive the vine. I'm inclined to give the benefit of the doubt to our witness here. What? That's not fair. I'll save the tears for later, kitten. Mr. Armando. Don't look back until the trial is over. Now is the time to go forward. But... But that wasn't fair. Okay, kitten. You need to relax. Then you need to remember... The other kitten's testimony. The killer broke into the trunk of the stolen car and hit the buddy in there. So tell me, how did she know that? How did she know that he broke into the trunk? Huh. Well, Miss Foster, until you can explain how you knew that... You're going to have a lot of very suspicious people on this side of the courtroom. Well, witness. Well, I'm certain that he broke into the trunk. Because... Because there were marks left on the trunk lid. Certainly there were scratch marks from when he broke into it. What? Let me see that photo. It's true. These certainly look like scratch marks around the keyhole. Hmm. It's obvious that this trunk has been broken open. Außerdem ist es elf Uhr. Well, Miss Faye. Are you satisfied? The judge is on her side. I can't make any mistakes here. What she just said. Is there a contradiction in there somewhere? Okay. Das ist doch auch direkt ein guter Punkt zum Shoppen. Ich sage jetzt schon mal, dass ich It Doesn't Work sagen werde. Auch wenn ich mir noch nicht sicher bin, warum. Aber ich meine, das andere sieht nicht aus nach der richtigen Antwort. Okay. Geht ja schon mal gut los hier. Ich bin... Ich weiß selber, ich habe eine ganze Menge vergessen. Eigentlich fast alles über diesen letzten Fall. Von daher bin ich selber schon voll gespannt, wie sich das jetzt nochmal alles entwickelt. Weil es ist jetzt schon alles ziemlich verwirrend irgendwie. Warum? Mit Hawthorne. Die Polizistin heißt auch noch Valerie Hawthorne. Und was hat das so alles auf sich mit Tell Her This Time The Whole Truth Must Come Out? Talk to Dahlia. Und was hat Terry damit zu tun und überhaupt. Ja. Bin gespannt. Aber dann wäre es das für heute. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag, wenn wir damit weitermachen. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020